Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Steffi und das ist mein Kanal Stempelwiese. Wir basteln heute eine Geburtstagskarte und brauchen dafür einmal eine Grundkarte. Die Maße blende ich ein. Ich habe hier schon vorbereitet mit meinem Stempel. Wir brauchen einmal ein Stück Flüstereis und ich habe hier Designerpapier aus dem Designpapierset mit den Pfirsichen. Das ist hier. Das hat auf der anderen Seite so ein schönes Muster und hinten drauf sind dann so blumige Muster. Sehr schönes Designerpapier. Genau. Auch hierfür blende ich die Maße alle ein. Ich schneide mir das jetzt nur noch zurecht. Genau. Dann habe ich aus den Stanzformen Basic Bordüren habe ich mir jetzt hier dieses Eck hier rausgenommen und kürze jetzt hier das Flüsterweispapier, was jetzt ja Grundweiß heißt. Es dauert noch eine Weile bis das bei mir ankommt. Und zwar so, dass halt nicht zu viel, dass halt das Papier hier unten, dass das Gestreifte unten noch hervorschaut. Sonst muss man es nämlich dann anders zuschneiden. Also ungefähr so das Flüstereis. Also ungefähr in der Höhe stanz ich das jetzt mal ab. Ich habe das auch leicht versetzt, dass die Spitze nicht genau in der Mitte ist. Das finde ich ganz gut. Und diese Stanzform ist so, dass man, mal gucken, ob man das einfangen kann. Dass das obere mit Pünktchen ist, Pünktchenkante und das untere hat so eine gestrichelte Kante. Also man könnte quasi auch so, ich würde es mal übertrieben machen, man könnte es auch so machen und da Papier unterlegen und dann hat man auch so einen kleinen Hingucker. Kann man auch machen. Wir brauchen das untere Teil aber nicht. So, passt. Wunderbar. Und dann kleben wir uns das Gestreifte auf die Grundkarte. Die Karte ist auch wunderbar für Anfänger geeignet, falls man nicht so recht weiß, wie man anfangen soll, was man zuerst machen soll. Dieses Produktpaket oder Produktreihe ist das. Für sich Zeit. Im Jahreskatalog auf Seite 60. Da hat man halt dieses wunderbare Stempelset mit dazu passenden Stanzformen, was wir noch benutzen werden. Und eben auch das Designerpapier. Das war wunderschön. Also als Set zum Einsteigen zum Beispiel. So, bevor wir das jetzt hier aufkleben, werden wir das noch weiter bearbeiten. Das ist ganz wichtig. Ich möchte das ja hier mit Abstandpads drauf machen. So. Und, aber wenn ich die Abstandpads drauf habe, ist das Papier natürlich dann auch mit Abstand. Das heißt, man lässt, das lässt sich auch sehr schlecht stempeln. Deswegen immer vorher dran denken. Wenn ihr stempeln müsst, macht das vorher, bevor ihr das aufklebt. Also mir passiert das auch noch manchmal. Das ist halt manchmal nicht vermeidbar. Oder mir kommt dann erst die Idee später, als es schon aufgeklebt ist. Wir brauchen hier einmal Papaya und einmal Farngrün. Und eben aus dem Stempelset diesen Blätterzweig und dazu diese kleinen Pfirsicher. Ich habe mir das hier schon auf dem Block aufgeklebt. Taucht das jetzt hier in das Vorngrün und macht das hier so ein bisschen in die linke obere Ecke. Dann habt ihr jetzt schon die Blätter. Und die sind von der Optik her halt so, dass es so ein bisschen 3D wirkt. Ne? Wenn man das aus der Nähe sieht. Das ist so schön. Und dann haben wir hier die dazu passenden Pfirsiche und da muss man halt schauen, wie genau das passt. Und zwar haben die zwei Pfirsiche hier haben oben so eine Einkerbungen für so ein Zweig. Und da kann man gucken. Ich muss jetzt mal vor die Kamera gehen. Dann kann man in etwa gucken, dass man da genau den Zweig trifft. Und halt den so schaut es dann aus der Nähe aus. Als wäre das ein Stempel so schön. Fährt man richtig gut. So. Das heißt, das haben wir fertig. Jetzt nehmen wir unseren Schiefergrau und ebenfalls aus dem Set zum Geburtstag. Und das stempeln wir uns einfach hier drunter. Ich nehme dann immer noch gern meinen Kollerspritzer und mache dann noch so ein paar Sprengler im Hintergrund. Sieht dann so aus. So. Jetzt haben wir das fertig gestempelt. Jetzt kann das auf die Grundkarte geklebt werden, wenn es trocken ist. Und da brauchen wir Abstandpads. So. So. Ach so, hatte ich vergessen zu sagen. Das gestreifte Papier so unten hin kleben, dass der Abstand zum unteren Rand gleich ist mit links und rechts. Da kann man mal gut dran anlegen. Und das weiße mache ich jetzt genauso oben. Muss genauso Abstand sein wie links und rechts. Und dann sollte es eigentlich passen. So. So. Das finde ich schön. Und jetzt nehmen wir aus dem Stanzenset, dem dazu passenden Stanzenset, das ist das hier, nehmen wir jetzt so die ganz kleinen Blümchen. Dann brauche ich jetzt zweimal die ganz kleinen und einmal das große. Und dafür brauchen wir dann noch babyblau Papier. Das schneide ich mir jetzt hier so ein Stück raus. Da brauchen wir ja nicht viel. Dann können wir auch die Reste noch mal gut verwerten. So. So. Ich habe hier noch so eine Moosgummiplatte. Das machen wir jetzt eh nicht alle. Und wir legen uns die Blümchen da drauf. Wir brauchen eine große und vier kleine. Dann nehmen wir uns irgendein Werkzeug, was eine runde Spitze hat. Ich habe hier noch so einen alten Embossing Stift. Und drücke das dann so runter, die Blümchen, dass die sich am Rand so ein bisschen hochheben und dann so ein bisschen 3D wirken. Wir nehmen dann wieder unsere Karte her. Und jetzt nehme ich dann Flüssigkleber und mache jetzt an den Punkten einen Klebepunkt, wo die Blüte dann letztendlich hin soll. Also hier. So. Und da können die jetzt drauf. Und da kann der Kleber ruhig in der Mitte bisschen hoch, weil die Blümchen sind nämlich innen offen. Manche mögen es, manche nicht. Ich mag es, weil die Blümchen dann nämlich gleich so eine Art, ja, innen, so eine Art freie Stelle haben und dann weiß sind. Sonst wären die komplett blau. Ich finde das ganz nett. So. Das heißt, die Blümchen sind jetzt drauf. Jetzt kommt noch ein bisschen Glitzerstein. Dann nehme ich dann die kleinen, die ganz kleinen. Darf ruhig ein bisschen glitzern. Pack die dann hier hin. Und fertig ist die Geburtstagskarte. Dann habe ich gleich hier ein paar mehr gemacht. Genau. Weil mein Team ja Geburtstag hat und damit ich halt jetzt wieder Geburtstagskarten habe und mal wieder aufholen kann, habe ich jetzt hier mal wieder einen Schwung Geburtstagskarten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, dieses Pfirsich-Zeit-Set ist wirklich sehr schön für Anfänger und es wirkt halt richtig toll mit dem Effekt bei den Stempelmotiven. So ein bisschen aquarell angehaucht. So hier sieht man es auch bei dem großen Pfirsich. Das hatte ich schon mal hier auf so einer kleinen Karte gemacht. Da habe ich den großen Pfirsich zweifarbig gestempelt. Ich habe erst in das Papaya eingetaucht und mit einem kleinen Schwämmchen habe ich hier oben Kalypso aufgetupft. Dann ist das noch mal so ein bisschen dunkel. So hat es so ein bisschen Schatten. Naja und dann wie gesagt diese Blatt drauf und schon ist auch die Karte dann fertig und den Text habe ich gleich mal direkt in den Pfirsich gestempelt. Das ist richtig gut. Also wirklich ein schönes Set. Das ist die Standform eben dazu. Genau. Ich hoffe es hat euch gefallen. Vielleicht bastelt es ja immer nach. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020